Am schlimmsten war, dass man nicht darüber geredet hat. Also man wurde da alleine gelassen. Es war einfach geschwiegen. Als jüngste von fünf Geschwistern verliert Sabine Sauter mit sieben Jahren plötzlich ihre Mutter. Ein Schock für die Familie. Von da an ist nichts mehr, wie es einmal war. Chaos. Also Chaos, weil ja einfach die Seele vom Haus war einfach nicht da, wo eigentlich alles gemanagt hat, wo eigentlich auch den Frieden ins Haus gebracht hat. Aber ja, das Einfachste war einfach nicht mehr möglich. Sabine und ihr Bruder werden bei einer Tante in der Stadt untergebracht. Das kleine Mädchen leidet unter der Trennung von Vater und Geschwistern. Wir sind abgeschoben worden, so habe ich mich gefühlt. Ja, es war schlimm, ja. Sabine fühlt sich ungeborgen. Sie grübelt und versucht zu verstehen, was in ihrem Leben geschehen ist. Wo ist eigentlich Gott? Ist er überhaupt da für mich? Und ich habe diese Suche gehabt im Herzen. Ich suchte schon auch extrem, schon Zuneigung, Respekt, anerkannt zu werden. Und je mehr ich gesucht habe, desto weniger wurde es. Je mehr ich mich angestrengt habe, war das nicht so. Also es war dann schon, ich musste mich immer dermaßen anstrengen, überhaupt anerkannt zu werden. Und ich fragte mich dann oft, warum das so war. Sabine fühlt sich vom Leben überfordert. Ihr fehlt die Orientierung. Und das macht sich bemerkbar. Ich bin von einem Katastrophe, also eine Fehlentscheidung eigentlich in die andere reingestolpert. Und das macht einen dann lähmend. Und dann hat man immer nur Arbeit, sich irgendwie zu wehren oder irgendetwas zu sein, zu wollen, was man eigentlich gar nicht ist. Man ist nicht wirklich, man hat eine Maske auf und man lächelt, wer einem nicht zum Lächeln ist. Und dann habe ich eigentlich dann nachher, dann immer, meine Tränen habe ich immer im Nachhinein dann laufen lassen, ja. Anfang 20 heiratet Sabine. Sie hofft, dass das Leben leichter ist, wenn man es zu zweit bewältigt. Doch schon auf der Hochzeitsreise bemerkt sie, dass ihr Mann gerne und viel trinkt. Und da sagte ich und fragte ich mich auch, ja, was soll das eigentlich, was habe ich da getan? Sabine ist sich sicher, mit der Heirat den nächsten großen Fehler gemacht zu haben. Und da habe ich empfunden, für mein Leben lang gefangen zu sein in einer Ehe, wo nicht gut ist. Trotzdem bleibt Sabine. In den nächsten Jahren bekommt sie drei Kinder und sie schafft es, sich irgendwie zu arrangieren. Doch die Streitereien werden immer unerträglicher, ebenso die Alkoholsucht ihres Mannes. Und irgendwann entdeckt sie, dass dieser eine Freundin hat. Da geht es zu weit. Es ist einfach die Grenze nochmals überschritten. Zu dem Alkohol konnte ich noch irgendwie umgehen, aber das war dann zu viel. Und ich fragte mich dann tatsächlich, wo bin ich eigentlich, warum tut man mir alles an? Und da sind die Depressionen richtig stark geworden. Zu diesem Zeitpunkt glaubt Sabine nicht mehr, dass sie ihr Leben jemals in den Griff bekommen wird. Dann, als sie wegen eines kleinen Eingriffs im Krankenhaus ist, hat Sabine ein Schlüsselerlebnis. Alles beginnt mit ihrer Zimmergenossin. Wir mochten uns gar nicht. Sie war ein bisschen, ja ist egal wie. Auf jeden Fall war, wir mochten uns nicht. Aber sie erzählte von Jesus und von der Entscheidung, die man machen sollte. Und ich wollte einfach reden irgendwie. Ich wusste nichts mit mir anfangen zu fangen. Und ich wollte irgendwie den Zugang zu ihr doch finden. Die beiden Frauen kommen ins Gespräch. Und da habe ich mir das angehört und drüber nachgedacht. Und dann in der Nacht habe ich diese Entscheidung für mich dann gemacht. Da habe ich gesagt, Herr, hier bin ich. Wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben, räum mein Leben auf. Ich kenne mich nicht mehr auf. Ich habe alles an die Wand gefahren. Hilf mir. Ich möchte dich kennenlernen. Und es scheint zu funktionieren. Sabine ist einige Tage in Hochstimmung. Doch dann holt der Alltag sie ein und sie fühlt sich erneut ungeborgen und ohne Orientierung. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, das kann es dann auch nicht sein. Wo bist du, Gott? Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe ja auch keine Gemeinschaft gehabt. Vom Glauben enttäuscht steht sie vor einem Zusammenbruch. Und mir ist auch nichts mehr gelungen. Also ich habe dann wirklich, es ging nur noch bergab. Keine Arbeit und nichts. Also und auch zu Hause verschärfte sich. Es war dann nur noch ein Bergab. Bis ich dann wirklich dann gemerkt habe, also jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe mir eine Flasche Wein genommen und alle Tabletten, wo ich zu Hause fand, habe ich geschluckt. Ich habe alles vorher aufgeräumt und habe dann diesen Schritt gemacht. Und habe aber noch gebetet und gesagt, es tut mir leid, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann das nicht und ich habe es nicht hingekriegt. Und die sind besser dran ohne mich. Der Alkohol und die Tabletten beginnen zu wirken. Sabine schläft ein. Und dann am nächsten Tag bin ich aufgewacht, wie wenn nichts gewesen ist. Ich habe keinen Kopfschmerzen gehabt. Ich habe keinen Dofffall, keinen Spruch. Nichts, keine Nebenwirkungen, rein gar nichts gehabt. Das war wow. Ich habe aber gleich gewusst. Danke, Herr. Ich habe es begriffen. Sabine entscheidet sich für das Leben und ist bereit, sich erneut ihren Problemen zu stellen. Ich bin gestärkt worden durch das Wort. Also das Wort Gottes ist für mich ein tägliches Brot. Also das darf nicht ohne sein. Und wer bittet, dem wird gegeben. Ich habe die Sachen im Neuen Testament wörtlich genommen. Also ich habe es wirklich für mich aufgenommen und es umgesetzt. Heute ist Sabine in zweiter Ehe glücklich verheiratet. Ihre leidvolle Vergangenheit hat sie akzeptiert. Die Reue, die tut weh. Aber man wird immer belohnt von Gott. Auch diese Reue, wenn dann der Schmerz rauskommt, dann kommt auch der Schmerz, die Tränen kommen raus. Aber dann ist es bei Gott und nicht mehr irgendwo, dass man sich bei einer Freundin oder so ausheult, sondern einfach dann ist es bei Gott. Und Gott hat einfach die Zügel in der Hand. Und das ist eigentlich schön und herrlich zu sehen, dass Gott da ist. Was? 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 Vielen Dank.